Henlo und euch viel Spaß hier beim Golfen. Uwo. Guck mal, das ist Katzen. Das ist eine Katze, ja. Hier ist eine Rolle. Press F if you suck. If you suck. Oh, ich bin so süß. Wir können aber springen von Anfang an. Ja. Ja, sind für Tipps. Oh, hab ich da gerade was gesehen. Hier ist eine Kanone. Ach, wir müssen hier die Kanone freimachen. Indem wir das hier wegpushen. Ja, steht doch drauf. Push. Ja. Push. Push me, baby. Push me, baby, one more time. Push me, baby, if you wanna hit me. Es geht aber immer nur in eine Richtung, ne? Ups, ich bin in der Kanone. Ich möchte hier nicht hin. Ja, ich bin auch da drinnen. Oh. Ich hab das Ding gedrückt. Das Ding? Ja, den Schalter. Der ist jetzt grün. Ich hab die Luca aufgemacht für euch, die nicht in die Kanone reinholt. Hi, irgendwo ja auch. Nice. Gut aufgeschafft. Das Ding ist offen jetzt. Ja, ich hab den Schalter umgelegt. Ui. Oh, guck mal, das ist Yoda. Rechts ist Yoda. Was? Ist ein Affe. Yoda? Da. Hä? Ach da, lol. Stimmt. Oh mein Gott, Yoda. Wo, was, wie, wann? Hä? Ich gehe rechts an der blauen Wand. Ach da. Gott, bin aber auch ein Roller. Was möchtest du mir sagen, Wi-Fi? Nur zwei Balken hat er, Yoda. Was? Yoda braucht stärkere Verbindung, was sein Schauen sein soll. Schauen sein soll? Yoda, kein 5D. Ja, Yoda kann sich eine Scheibe abschneiden und an Verwirrung ansetzen. Yoda, LTE-Verbindung. Das ist ein Miro-Mirror. Du hast da unten. Den roten. A, Z. Du geh auf den roten. Ja, ich komm nicht hoch. Miep. Jetzt den rechten. Was ist rechts? Von dir. Von dir. Von dir aus rechts. Wieder den roten. Seh da die Farben nicht. Äh, jetzt links. Also gelb. Und da wieder rot. Rechts. Blau. Nach oben. Oh, siehst du das? Also wieder rot. Das Irrgarten-Ding an der Wand. Also wieder rot oder jetzt? Nein, das andere. Ach so. Ach da. Dann wieder blau. Rolling, rolling, rolling. Und wieder rot. Danach. Normal. Jo. Collect. Ich kann was collecten. Pokémon-Karten. Oh. Allein gesammelt. Nein. Mein shiny Glurak. Ich weiß es nicht. Hier kommen Blitze runter. Resize Big Ball. Hier ist ein X an der Wand. Und das X bedeutet, ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. Ja, oder nicht? Stand falsch. Kein Licht ist angewürdig. Nee. Oh Gott, ja. Guck mal hier. Release Big Ball. Das kenne ich von anders. Ja, ich dachte es mir auch gerade. Oh, Mann ey. Das X. Auch nicht. Hm. Aber hier ist die Sprunganimation besser, ne? Ja. Äh, sensibel auf jeden Fall. Oh, ein Schatz. Also bis gleich reicht die. One Piece. Und da sie weiter. Alles klar? Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Wege. Hä, wie bist du denn jetzt so hochgekommen? Ich, perfektes Timing gedrückt und dann unten auf den Boden so, oh, da ist ein Portal. Loy. Secret Portal. Ich glaube, die beiden sind durchgebrannt. Nee, ich habe wieder Probleme mit meiner Potenz. Okay. Hallo. Das ist gut. Gesundheit. Und nochmal. Nee, nur einmal. Ich habe zweimal. Ich bin egal. Was ist denn da los? Der Meister bitte Bezahlung. Warte, kommst du nicht ins Portal? Nee, der Ball fliegt nicht so hoch. Du musst mehr Anlauf nehmen von hinten. Von hinten musst du mehr Anlauf nehmen. Von hinten? Ja. Dann komme ich von hinten. Ja, besser ist es. Besser ist es. Wo sind die denn hin? Wenn du um bist, links rum. Das ist eine gute Frage. Ganz zum Ende hin. Und dann oben in dem Schrank ist ein Secret Portal. Ja, wo das Z ungefähr ist auf der Höhe. In ein Regalbrett runter. Ganz, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Da siehst du es schon. Wieso kommen die alle hoch? Und hier ist immer eine unsichtbare Wand. Also hier sind mehr raus. Hallo. Oh, du hast es ja auch schon gemütlich gemacht. Ja, sicher. Hebe mich mal hoch. Ja, ich versuche euch auch hochzuheben. Ich ziehe dich hoch, wenn du mich hochhebst. Genau. Teamwork. Schaffen wir nur gemeinsam. Ihr kommt zusammen, kriegt ihr ihn hoch. Jungs, kriegt das Sinn? Oh, nein. Ich weiß jetzt, wie ich Geschwindigkeit aufbaue. Ich muss mehr hoffen. Nein, ich knall die ganze Zeit in die Wand. Jetzt so. Oh, Leute. Irgendwer der Tester-Spule unten raus. Das ist ein uselesses Raum, by the way. But hey, you can flirt with Kim. Oh, wer ist Kim? Oh, holy show. Hi, Kim. Wer ist Kim? Ich glaube, mein Ball ist kaputt. Ich habe mich stuck gemacht. Ich bin's. Nein, du kommst da raus, wenn du in ihrem Schoß sitzt. Nein, ich bin in den Drachenkopf gesprungen. Nein, 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 nicht die Tape. Ich bin in den Drachenkopf gesprungen und bin jetzt zwischen den Hörnern stuck. Warum hast du Help angemacht? Achso. Welp. Ich wollte nur, dachte nur. Ich habe den nächsten Ort zum Stucken gefunden, gerade wo ich mich besetter habe. Jetzt wollen wir nämlich nur nach oben gucken. Ich glaube, Kim ist kalt. Dann wärm sie doch auf. Wie nach oben gucken. Wenn du den Help-Button drückst, hast du oben den Weg angezeigt. Wird mir nicht angezeigt. Ja, weil der Help-Button wieder ausgegangen ist. Also okay, also erstens ist Mitte. Nope. Let's see. Dann passt hier, wenn man auch falsch geht. Ja, dann wirst du wieder zurückgeportet. Okay. Also ich fahre hier, ich fahre hier. Bis hier bin ich gekommen. Oh, Y. Wo hast du schon probiert? Gerade aus. Also anscheinend wollen die, dass man nur schräg springt. Bis jetzt ist es fast nur schräg, oder? Scheint so. Ich probiere mal hier. Hier war rechts nicht irgendwo. Nee, hier ist es falsch. Gerade aus auch, also links. Nee, weil hier muss man nämlich auch gerade aus. Ah, stimmt, ja. So, findest du gerade aus, oder? Ich komm nicht weit, Hauke, noch. Na, fuck, ich bin runtergesprungen. Make it easier for other players. Okay. Wow. Jetzt müsst ihr rüberkommen, anscheinend. Ja. Ja, an den Seiten sind irgendwelche Dinger. Will ich aber nicht. Okay, ihr macht das. Oh! Gott, danke! Woohoo! Candyland! Nom, 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 nom. Oh, guck den Riesenkuchen an. Ich will den Riesenkuchen. Nein, das ist bestimmt nur noch. Oh, egal. Willst du einen großen Riesenkuchen findest du, Adelaine, bring ihn zu mir? Tschüss, Yuki. Njong. Aber wir können unseren Speed erhöhen, wenn wir einen roten, großen Apfel finden. Okay, gucken wir uns um. Schau mal auf den Baum vielleicht. Ist das auf dem Baum vielleicht ein Apfel? Dass die hier lang gehen. Du bei mir am ersten. So einfach wäre er ja nicht. Oh. Hallo? Oh mein Gott, selbst der Baum wächst auf Waffeln. Also geh nicht an die Wände. Nein, das ist... Oh, mit meinen Augen. Riech. Buddy! Das? Diabetesland! Ach, vieles ist ein Moni-Tain. Was machst du da? Oh, mit Augen. Wir haben alle einen tollen Samurai-Spiel, aber nur eine Kochkammer. Oh! Können wir auch mal ein paar hier nehmen? Oh, da ist nicht so weit hoch. Und wir kriegen die ganze Woche ein Ausrufzeichen Montag. Ja? Die ganze Woche. Ja. Die ganze Woche kriegst du ein Ausrufzeichen Montag. Das ist die ganze Woche. Ach so. Ich bin falsch irgendwie abgebogen. Hallo, Tari. Ist schon weg. Wie sehe ich, ein Punkt? Hallo! Ich bin ja geschreit. Hallo, Schatz! Juhu! Juhu! Oh, nicht sechs, denn es turnt ihn ab. Was? Nicht sechs, denn es turnt ihn ab, habe ich gesagt. Ja, gleich verkackt. Ach, geschafft. Oh, ist der große rote Apfel. Wo ist Dante eigentlich schon? Oh, ist das gesunde hier in den ganzen Canyon? Ich suche den Apfel. Welchen Apfel? Was für einen Apfel? Habt ihr die auf optional Quests nicht gelesen? Nö. Das ist optionale Quests, wenn roten Apfel drin wird. Krieg Boost. Wir werden schneller. Von unserem normalen Speed her. Wenn wir einen großen roten Apfel finden. Mhm, ja. Den will ich haben. Nicht nur du, Dante, nicht nur du. Ich bin auch für Nebenauftreten. Sehr begeistert. In so einem Candyland einfach nach einem roten Apfel suchen. Irgendwo muss er ja sein. Er ist bestimmt voll offensichtlich. Wir sehen es einfach nicht. Ach, ja, wie immer. Ich bin mal in Schadung gelegt. Ja, ich bin auch wieder mal Krone ausgerutscht. Krone? Ja. Ich kenne mich nicht so sehr mit Süßigkeiten aus. Mein Gott, ne. Und anywhere we are kings of the world, we are kings of the world, we are kings of the world. Was? Hab den roten Apfel. Was? Hab ihn gefunden. war da oben recht jedes fleckchen ab hier neben dem geist auf dem oreo war sie da war der kann nicht mal hoch schießen doch hier ist die ich schon eingesammelt ab warum kriegen wir kein oreo es gibt wie kein speed ja ich hab auch kein speed kriegen wir wahrscheinlich nach dem map you found the first key eins von zwei es geht ins wasser ich habe den joda bereich freigeschaltet joda ja und wir sind ein riesenball also ich bin kein riesenball wir müssen ja erstmal zu joda rüberfahren wir sind ja immer noch beim acht ich bin nur mal zur ding hingefahren und habt ihr angefahren wem hast du angefahren den questgeber was hat er dir gesagt er hat mir jetzt ein geschenk gespawnt da muss ich nochmal anfahren wegen collecten und jetzt soll es schon mal collected sein anwalt hat er gesagt ich hatte irgendeine fremde kugel angefahren ich schau die scheiße aber wir haben trotzdem kein speed ich hab auch keine ahnung was das bedeuten soll vielleicht ab einem gewissen abschnitt erst so wie die dicke kugel halt plante fliegt weg tschüss bye have a great time irgendwie bin ich auch in dem bereich muss gerade über den zucker sehr rüber ich bin kommin, um dich zu holen ich bin kommin, um dich zu holen Du willst wieder hochkommen? Bitte? Du willst wieder hochkommen? Da ist ein Schalter Links an der Wand, also hinter dir jetzt A door opened, find another level Okay, irgendeine Tür hat sich geöffnet Diese Lapper Wir sollen eine neue Leber finden Ist die alte nicht mehr gut? Ja, da bei dem Tesla-Tesla-Ding Hier ist noch was Ah, und jetzt der Kamin-Offen Da rechts und links und nebenan Fields Birthday im Endeffekt Ich werd hochgeschuckt, Hilfe Einfach so im Mode Fields Birthday Oh Gott, mein Kopf Wo bin ich? Bin ich unten? Ach, wir sind jetzt an der Wand Jesus Christ Ah, rotes Licht, Schalter Oh, ist das Klicken Wir sind hier an der Decke Das ist noch ein Schalter, Moment Also Mitte ist aufgegangen Ja, wahrscheinlich geht jetzt links auf Oh, ist das noch ein Schalter Oh, ist das noch ein Schalter? Oh, mein Gott Oh, jetzt sind wir eingesperrt Ich muss raus Ach so Nein, Melarisch Hier Hallo Warte, ich mach wieder auf Also Äh Alles gut, ich mach auf Ich hab die Buttontür geöffnet Guck mal Ich hab's geschafft Ja, nebenbei dich Hallo, wie bist du? Ja, hallo Oh, frei Freiheit Nein Okay, Einschalter müssen wir noch drücken anscheinend, weil hier ist noch eins rot Ich kann die freie Luft an meinem Ball spüren Der funktioniert gar nicht, ne? Nee, das klappt gar nicht Oh, kann man hier? Oh ja, hier, kann man rein Oh, wo bin ich? Du bist wieder am Anfang Ah, okay, geht runter Hm Komm Und jetzt? Ist irgendwas offen? Warte, hier Wollt ihr wieder auf den Schalter vergessen Wieso? Also im Raum braucht man noch einen Schalter drin Jetzt ist alles grün, jetzt müssen... Ich guck jetzt sind alle komischen Pilze da grün Und nun? Oh Gott Oh, da ist ein Froggo Was? Was? Da geht's nach oben Achso Hast du mich empfunden wollten? Ja Da, wo wir dieses Springen... Ahhhh Guck mal nach oben an die Decke 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 Was macht ihr da oben? Oh Jetzt hat mich erwischt Stimmt, für zwei Stunden Mir fährt jetzt erst auf, dass... Dass es auf Zeit geht Ja Ähm, ich weiß aber nicht, wo wir lang müssen Ihr müsst wieder in den Kamin zurück Das Ironische ist voll runter Genau, wieder nach unten Oh, hier ist ja auch noch ein Pipo In dem Raum Ja, stimmt Stimmt Na, machst du die Jungs fertig immer Ähm Tante Äh Ja Immer muss man auf diese alten Männer warten Was? Unser Urvampir ist nicht so schnell Der hat sich ja jetzt gerade erstmal neue Schlüpfer gegönnt Wer hat gehüpfert? Ja Genau Düm 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 Ich bin tot Das ist aber ein schnelles Abenteuer Ja, manchmal ist es halt ein sehr schnelles Abenteuer Nicht, nicht, nicht Ich wollte nicht ran Ah Wollte ja nicht den Laser aktivieren Ja Das werden wir es ja auch mal schaffen Das ist noch nicht mal hier Ja, das ist Dante Ich war doch Ich bin Als ich gestorben bin, bin ich oben gespawnt Nicht unten Das ist so nach oben Ei 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 Hu Ha Hi Ha 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 Hm Fische sind Freunde, kein Futter Ha Ha Und Tarita hier ist bei Ihnen wunderschön Hinsch Wie geht's dir denn so? Hosting Vielen lieben Dank für den Host Eieieiei Die Stange kam zu nah in mein Gesicht Ha Das ist aber auch gerade nervig Ja Stange lasst verniedrigt Ihr stellt euch aber auch beide an, du Ja Sorry Ich Hab für sowas absolut kein Nein Ich rolle einfach immer weiter, obwohl ich nicht rollen will Du bräuchtest für Kanalpunkte, dass dein Männle dir hilft Hilft Ich glaub auch So Gut, du hast es fast geschafft Hey 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 Hallöchen Hey Jetzt musst du nur noch Dante das Stangparadies Heicho, hallo, ein wunderschön hier Ah, und Ne Oh, nö Dante will noch ein bisschen mehr Zeit im Stangparadies verbringen Ich glaub ich muss es langsamer machen, ich muss es langsamer machen, dann ist es Zeit Hier ist meine Mutterschuld an der Stream-Pause Böse Mutter Wow Da grabe ich einen Balken ins Vererbung und so Juki Ja Wollte schon sagen, du bist so Auf den Teil dazu Ich dunkle Scheid Oh, hoppala Hey, Cowboy Dandel Ich komm mich hoch Jeho Ja, wir sind hoch Du kriegst das hoch Und manchmal musst du ein Stückchen zurück gehen Nimm meine Hand Wir gehen zusammen ins Wunderland Achso Ich zeige dir eine wundervolle, tolle Welt Mir gefällt's mir nicht, ich will wieder zurück Ich hab Heil Äh Das ist ein Penis Was, wo? Oh, das ist ja nicht ein Penis Wo ist er denn? Da oben Hä, was? Oh, da oben ist man hier Das ist ein Pilz Nein, das ist ein Penis Nein, nicht der Pilz Nein, nicht der Pilz Hier, wenn du auf das hier zufährst Aber ein Pilz ist auch ein Penis Ja Naja, es ist aber eher so Achso Dante, auch die kleinen sind Penisse Respektiere die Größe Okay Äh, äh, okay 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 Oh, ein X markiert die Stelle Hier hab ich ein Portal Tschuuu Mit Zwille Du bist da hinten rausgekommen Mit, mit, wie ist das? Ich geh auch mal rein Get up here Äh, okay Wer soll nicht holen? Du brauchst auch den Steinling Ist ja ein von unseren Mini-Güssen Wie geht's dir um? Hier geht's gut Huah Oh, geschafft Ja, Leute Bist du das hingekriegt? Ich bin gesprungen Ah, ich bin gefallen Ich bin gefallen Hä, wie bist du denn hochgekommen? Achso, aus dem Portal Aus dem Portal dann dahin zielt, ne? Ja, du musst mit dem Sprung Ziel nehmen Und dann hier steuern Dann schärfst du das Gänse schön Die Russenpanzer sind wieder böse Ihr braucht schon genug Um... Also du musst verstehen nicht Ich auch nicht Ihr braucht schon ein bisschen Höhe Sonst kommt er nicht weit genug vor Ja, ich denke, ich will nicht vergessen Wovon redet der? Ich weiß nicht Hoch rein springen Heißt mehr wegschleudern vom Portal Achso Wow Fast Ja, aber ich... Wenn ich aus diesem Portal... Wenn ich aus dem Portal komme, sehe ich gar nichts Dann kommst du immer mal vorwärts Raus Hä, jetzt war ich voll hoch Und hab nicht hoch... Achso Ja Boah, ich war voll high Aber ich hab nicht hoch bekommen Was soll das? Oh... Die Kamera dreht sich aber auch voll... Kack... Ja Ich mach mal weiter, ich guess Bis... Oh, soll ich warten, bis ihr... Bis ihr hoch seid? Warten Okay Normal nicht Am besten... Von der Richtung aus, wo ihr aus dem Portal kommt Nicht von der Seite oder sowas Ich krieg nicht die Höhe Dieses Scheiß Nach dreimal springen, hört er auf zu... Hüpfen Wieso bin ich denn so langsam? Muss ich da wieder versuchen Höhe, das ist ein anderes Portal Achso, in der Luft dann auch noch springen Oh... Sag das doch Ich hab mir die ganze Zeit auf die Leertaste Ich hab mir die ganze Zeit auf die Leertaste Ja, aber du springst schon in der Luft nochmal so'n Sprung Ja, aber du springst schon in der Luft nochmal so'n Sprung Ja, wie vermutlich ich damit gesprungen bin Das sieht man doch Nein Doch Äh... Das ist so gut Nein, ich hab auf die Leer gedrückt Ich war drüben gewesen Schön das werden, hä? Hä? Nein, ich bin zu viel rüber geflogen Zu viel rüber geflogen Ich war zu... zu hoch Halleluja Oh, jetzt hab ich mir voll die Brust eingeklemmt Ey, auaah Nicht währenddessen müssen wir uns spielen Aaaaaah Unglaublich Aaaaaah 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 Komm doch, komm doch Gib mich draus Aaaaaah 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 Ich muss dich noch um Sachen kümmern Alles klar Dann... Dann... Vielen lieben Dank, dass du da warst Halsi Bi Halsi... Bi Aaaaaah Klingt da ganz aus, davon würdest du nicht aufpassen Wenn du so viel Anlauf brauchst du nicht Fahr einfach drauf zu und spring einfach rein Aaaaaah Entschuldigung Schmidt, wir haben nichts gehört Ne, doch ein bisschen Anlauf wahrscheinlich Wir vielleicht nicht Nur fahren Anlaufstechnisch Aber nicht hoch reinspringen Das ist auch Hochversuch Ich krieg den da aber nicht hingelenkt irgendwie Musst halt nochmal springen Tante kriegt ihn wieder nicht hoch Ich hasse es Wenn das die Vampire, die ihn nicht hochkriegen Boah, du hast nen Schatz Was? Wo? Mein Schatz Mein Schatz Spielt einfach weiter Ich komm nach Ne, wir warten jetzt auf dich Tante Das kann noch Jahre dauern Na Schatz So schnell sterben wir nicht Ja So schnell sterben wir nicht Ja So schnell sterben wir nicht Wie geht Wie geht mit Yuki denn hin? Wie geht mit Yuki denn hin? Waaah, wie geht mit Yuki? Wie geht mit Yuki? Wir brauchen zwei. Und hier hat sich ein neuer Raum geöffnet. Moment, da unten können wir gar nicht überall springen. Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie ein verrücktes Labyrinth, wo die Wände sich so verschieben. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn der Gegner die ganze Zeit rum... ...rum suchen, so gesehen. Drohnen? Nee. Aber das sieht doch aus, als ob das Drohnen sind. Ja, also die du hast nicht in den roten Bereich. Wo muss ich denn jetzt hin? Na oben. Höchst mich mal fragen. Hochspringen. Hochspringen? Ja. Bei den Plattformen hier. Achso. Also nicht da, jetzt hier, da. Hallo. Wente ansonsten Resetten... Oh, hi! Oh, daste! Oder so. Haben wir's geschafft. Kachaka! Soudaloo! Na dann, das träumen wir mal ein paar Sachen, ne? Ah ja, man kann überall jetzt nicht hier springen. Man kann hier nicht springen. Ja. Kein Gespringe hier überall. Ja, wie kannst du die Kanone hier nutzen? Die Frage ist, wo muss man hin? Ah, klar. Ah, und die können einfach nur durchfahren, um sie zu zerstören. Yes. Yes, zero. So, zwei Generator sollen es auch, also rechte Seite ist leer. Ich hab eins zerstört. Ich hab auch eins zerstört. Nice. Ah ja, wir können auf alle schießen. Müssen wir irgendwo jetzt zur Kanone hin. Boah, die Kanone mal. In der Mitte. Oh, in der Mitte. Targets. Neee. Aber da fehlt nur eine. Buff. Ah, da ist ein Doggo. Hinter der Kanone. Und ne Katze. Ach. Kitty. Wirklich alles zerstört? Das zerstört? Nee, irgendwas muss ja so. Nee, links. Nummer 30 ist noch nicht zerstört. Moment. Weeeeee. Ich glaub genau, wo Yuki Auto schießt. Aber, äh. Ja, jetzt. Die Nummer 2 ist noch nicht kaputt. Doch, doch. Ist alles durch. Nee, nur hier ist die noch kaputt. Ja. Also, hier ist ein Loch. Ja. Achso. Ja gut, dann nehmen wir halt das Loch. Ja. Immer den Loch hinterher. Wo ist denn das Loch? Moment. Du kannst das... Moment. Du kannst das... Wieso meinst du siehst das Loch nicht? Hier ist für mich kein Loch. Das hier? Nee, wie gesagt. Bei mir fehlt noch eins. Ich komm... Ich komm... Da ist... Da ist für mich ne grüne Wand. Ansonsten schießt es auf 2 oder was auch immer an der Loch ist. Ja. 2 ist von mir noch zu. Oh. 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 Hm. Einfach wie Minecraft-MPCs. Oh. 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 Mit... Mit dem neuen... Neuesten 1.8er... Dings hab ich echt Bock wieder Minecraft zu spielen. Ich hab generell Bock Minecraft zu spielen, weil ich halt einfach nie Profi drin war. Gibt es die 1.18er oder was? Ja, die neueste Version. Ah, jetzt ist es offen. Es gibt höhere Bauhöhe und tiefere Bauebene. Also es geht jetzt nicht mehr bis 0, sondern bis minus 64. Oh. Okay. Und quasi bestehende Welten kannst du weiterhin benutzen. Hä? Irgendwie hüpf' ich nicht doppelt. Obwohl es da steht, wenn ich dagegen rolle. Da steht nur, you can jump again. Ja. Also du kannst wieder springen, weil wir im vorderen Raum nicht springen konnten. Genau. Die elektrischen Schwungungen haben uns das Schampfen eigentlich weggenommen. Achso. Und ich dachte, ich hab hier nen Buff gekauft. Nein, nein, nein. Okay, ich bin aus dem Dath Radar. Nein, nein, nein. Wolffi. Ich bin deine Mutter. Oh Gott. Nein, Mutter ist genug. Au! Au! Nö! 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 Au! Au! Nein! Oh! Was? Du doof! Wieso denn? Ich weiß gar nicht was abgeht du! Ja warum hast du denn den Charter, wenn wir doch nicht alle hier sind! Balk du Kackhaufen mit deinem goldenen aufm Kopf! Wir warten extra hier, dass Yuki den Charter umlegen kann. Was passiert denn dann, wenn man den Charter umlegt? Ihr guckt damit genau hin! Ich hab nur gewartet, bis alle oben sind. Und man hat recht hochschwellen Charter drückt. Thank you for playing! Was? Ich bin irgendwo in die Botanik geflogen. Ach, der hat einfach durch eine Wand geflogen. Oh! Ich hab ein Cheesehead bekommen! Ich hab die nigerische Flagge bekommen. Ich hab eine Kühle ausbekommen. Danke fürs Zusehen und denk daran zu abonnieren, liken und kommentieren. Danke fürs Zusehen! Danke fürs Zusehen!